jetzt bauer call hallo liebe freunde von den regionalen rundfunkanstalten hier ist wieder euer bauer call und ich weiß genau ihr versteht gar nicht was ich mache aber das wird sich gleich aufklären denn wie heißt es doch immer so schön der frühe vogel fängt den wurm oder frühes erscheinen sichert die besten plätze der ein oder andere wird sich fragen was jetzt setzt sich der bauer call schon allein an seinen teich ja wisse warum in diesem sommer der jetzt kommt sind hier keine plätze mehr zu kriegen weil in berlin und köln da haben ja die frauen jetzt mittlerweile erstritten dass sie mit oben ohne in jedes schwimmbad gehen können wenn mir dann eine erzählte dann frauen mal dafür kämpfen dass man überall hingucken kann jedes nicht geglaubt leute die welt ist verrückt aber ich lass mir das hier nicht ergehen hier werden entgehen hier werden hier viele leute sitzen im sommer und werden alle gucken und das ist ja auch wegen der nachhaltigkeit wir brauchen ja keine oberteile mehr für die bikinis produzieren die badehose vom mann geht dann im zweifel auch und das ist dann ja auch nachhaltig ja naja das war unser held vom feld bauer kreuz etwas anderer wochenrückblick ja ja Untertitelung des ZDF, 2020